Hier vorne ist der Haupttalsraum, wo man hier ein typisches Haus sieht in Gelsenkirchen. Dort hinten die Schalke-Fahne, die man hier in Gelsenkirchen unschwer erkennen kann. Hier vorne ist die Schalke-Fahne, die man hier in Halskirchen und die Schalke-Fahne in Gelsenkirchen. Hier vorne ist die Schalke-Fahne und die Schalke-Fahne. Die Schalke-Fahne und die Schalke-Fahne und die Schalke-Fahne mit dem Gelsenkirchen. Hier sind Veta Finstra Tauben Originale, wo auch jetzt hier schon sehr gute Tauben rausgekommen sind. Original Finstra Olland. Hier sind wir noch ein Lausitender aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Alles Weibchen hier? Die Reisetauben von 2012 Überall ist natürlich die Schalke-Fahne Die gehört einfach dazu Hier diese Fahnenstange Da wird schon Anfang Februar die Schalke-Fahne gegießt Und dann bleiben die Tauben bis zu 4 Stunden Also 2x2 Stunden am Tag in der Luft Bis die Reise anfängt im Frühjahr Müssen die das Trainingsprogramm jeden Tag bewältigen Die werden dann verdunkelt Und ja, so ist die Methode Hier auch noch ein Vogelkasten Wir lieben Palomas Wir lieben Palomas